Aber ich glaube, das würde schon mal das größte Problem beseitigen. Okay, du machst einen Tank. Oh, okay, abgebrochen. Ich lasse aber die Aufnahme jetzt durchlaufen. Meine Güte, das Spiel wird so... Achso. Ah, hier geht's noch schneller auf, wa? Gibt mehr Loops in dem Spiel. Ja, wie gesagt, das so im Draft gelieft wird, das hast du ja auch häufig, ne? Ach, ist das so überall häufig? Ja, ist das auch auf Diamonds so oft? Ja. Krass, okay. Weil du hast ja keine Strafen, außer diese zwei Kick-Matches oder so, ne? Ich glaube, es gibt gar keine Punkte-Abzug mehr. Ich meine, ich könnte auch mal Tykes oder Alarak üben hier. Ich meine, wenn nicht jetzt, wann dann, aber... Was sagst du dazu? Ähm... Es ist Zeit. Nee. Kali. Nichts hält den Schwarm auf. Möge Elun uns Stärke gewähren. Abaturk-Zuhl, okay. Und AFK. ich sag ja das passiert hier oft ja das war jetzt aber einer im gegner team ja wegen amateur ja wie gesagt das passiert häufig entweder weil die meisten denken auch ist ja nur mein zimmer verkaufen da hab ich keinen bock drauf tschüss oder weil die allgemein denken ich hab nichts zu verlieren keine ahnung wenigstens geht es auch schnell wieder auf krass da habe ich manchmal so gute drafts und dann denke ich mir endlich mal ein gutes team und dann ist es abgebrochen das wäre ein win gewesen wir sind auch noch an der gleichen position das ist auch witzig sind das auch die gleichen gegner ich meine ich habe es aufgenommen alles aber also der der heuler auf jeden fall also der typ der die krone auf hat das einzige nicht mehr merken konnte das war der das mit abatur wahrscheinlich wenn der erst wenn der abatur wieder nimmt der kuh schuss wie viele sekunden 12 12 was doch weniger als teig ist ja 10 splittergranate 10 dann gibt es noch ein bisschen abatur die die das die die Oh. Das Licht lässt niemanden im Stich. Ich dachte schon, das wäre wieder AFK gewesen, Alter. Ich bin hier, um zu helfen. Guck dir das mal an. Silber, Gold, Leute, alle mit Platin-Face. Das erinnert an gute alte Zeiten. Und nur der Silber hat Gold. Ja. Krass, ne? Ich hatte gestern sogar einen, der war Gold und hatte Diamond drin. Diamond-Bild. Ich hatte... Wo war es? Ich glaube, bei Twitch hatte ich das gesehen. Irgendwie so ein Stream reingeschaltet. Der hatte sein Rang-1-Bild und der war auch irgendwie Gold oder so aktuell. Ja. Ja, ja. Da sind viele hart gedroppt, ey. Ja, ja. Da sind viele hart gedroppt, ey. Ich habe es mit, wie wir das haben. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Und zwar, wie ihr es schwebt. Und zwar, wie wir das machen. Und ich habe es gesehen. guck mal ich habe eine karte der erste mount in meinem leben was ich das noch erleben war dann könntest du dir auf deinem auch easy holen das ist ein for free mount da muss ein Hearthstone auf level 20 gespielt haben wir sind alle hier ja 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 Was ist das? Warum kommt Janna an der Mitte? Keine Ahnung Hier ist zu hoch Hm Gut Gut Woops Gehst du in der Mitte? Ja, wer nimmt die Pflanze? Das geht ja random, glaub ich. Oder auch nicht. Oh, du bist die Pflanze, nice. Ich hab zwar gesehen, dass du es geschrieben hast, aber ich hab nicht mitbekommen, ob du es geschafft hast. Ich hab nicht mitbekommen. Ich hab nicht mitbekommen. Ich geh wieder in die Mitte, da ist nämlich keiner. Ja. Ich hab nicht mitbekommen. Oh. Ich runterkommen? Deffen? Oder weitersaugen? Ne, ne, weitersaugen. Ich hab nicht mitbekommen. Gut. Ich hab nicht mitbekommen. 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 Ja, die haben kein Damage. Für mich hat's gereicht. Nein, nein. Ups, jetzt habe ich beinahe weggeschrieben. Ich habe Beineberg geschrieben. Ja, Beineberg hat mir eingeschrieben. Ah, dumm meine Güte. Nice. Okay. 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 Ja, der Ring auf Frost, Alter. Ja. Habe ich auch gedacht. Oh. Oh, durch. Nimmst am besten wieder. Oh. Oh, der will der Easy Clown hier. Oh, die Training haben. Ey echt, ja nggak Ada. Ihr gegner hat ein Ungeheuer gezüchtet. Interessant abgelehnt. Erntet diebank zu dem Handy plummet in nuestrona Kampf. Das war's für heute. JEDER ZEIT Ich habe zwei Keeps gesniped. Echt was? Und der hat die ganze Zeit geklingelt. Rückzug, Rückzug! Ja das habe ich gesehen. Hat der Bot eingerissen, das habe ich gesehen. Das war nice. Ich habe nur gedacht, oh. Wie viele haben die? Drei oder so, ne? Oh nein. Oh nein. Ich könnte tot sein. Ja. Ich habe Force auch down. Ich pop mich aber lieber weg hier. Wir sind alle unten. Wir sind alle unten. Die Nacht bricht in 30 Sekunden herein. Seid ihr bereit euch zu vergnügen? Wir sind alle gut. Das war's für heute. Halt gemm, halt gemm, halt gemm. Halt gemm, halt gemm, halt gemm, halt gemm. Halt gemm, halt gemm. Meinst du schon vor? Nein, 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 nein. Machst du easy key, ja? Ja. Aber so können die dann auch nicht deathen. Ich sage es nur ungern, aber euer Wiedner bringt einfach nur... Okay. Okay. Einer weniger. Ich konnte den Moshpit nicht rubben, weil Usa äh... ne? Ah. Ah. Euer Gegner hat ein Vorzerrück. Na, das hab ich gebraucht. Euer Umgeheuer ist nur noch Kompost. Nein! Ich mach's gut, wir haben noch alle Keeps, die nicht mehr. Ich mach's gut. Oh. Zeigen wir es ihnen. Das sind die Umgeheuer ist nun... weiter als verdorfte blätter der erste nicht so geil, da wegen der Augen passiert das gute ist, dass sie permanent deppen müssen auf allen Lanes ne, das ist halt echt gut die sind mit BOT auf jeden Fall gesplittet die werden 25 sein, vermutlich oh, ja 3, R2, okay, vergiss es 1, R1 Ich habe mich auch darauf gewartet. Ah. Zurück zurück. Oh shit. Und jetzt roh. Ihr habt genug Samen, das Olleuer wechseln! Müssen wir mal nur dapfen. Ja. Boah, jetzt hab ich die Pflanze abgewiesen. Und, äh, ooooh! Was war das denn? Nice. Erweckt mein Olleuer wechseln! Vala geht übrigens YOLO alleine rein. Okay. Ja, okay, in dem Spiel muss man fairnissweise sagen, die Gegner sind genauso schlecht, ne? Hm. Na, das muss man in der Runde wirklich sagen. Da, euer Ungeheuer ist zum Leben erwacht. Erntet mit ihm die Leichen eurer Gegner! Den Charakter zu splitten, ne? Erntet mit ihm. Ja. 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 ja, umgeheuer, gode. Ich habe das Spiel gegessen. Das ist die Gäme seines Lebens. 197